In Deutschland leben circa fünf Millionen Hunde. Nur ein Prozent unserer besten Freunde ist krankenversichert. Eine traurige Bilanz für Deutschland, wenn man an all die kranken Tiere denkt, deren Besitzer aus Angst vor Kosten erst viel zu spät oder nicht zum Tierarzt gehen. Einige Tierärzte berichten, dass regelmäßig Haustiere eingeschläfert werden, weil das Geld für die Therapie fehlt. Geschätzt wird jeder dritte Hund deshalb eingeschläfert. Seinen besten Freund zu verlieren, weil man nicht für seine Behandlung sorgen kann? Eine Situation, in die niemand kommen sollte. Und Sie? Fragen Sie sich gerade, ob Sie Ihren Hund versichern sollten und ob dies für Sie erschwinglich ist? Die Tierliebe in Deutschland ist doch groß. Sind wir also nur uninformiert, sparen vielleicht am falschen Ende oder warten wir, bis es zu spät ist? Ein Tierarzt trägt. Wenn Sie im Notfall nicht in der Lage sind, 2000 Euro oder mehr aufzubringen, dann sollten Sie ernsthaft über eine Tierkrankenversicherung nachdenken. Denn die Behandlung von Tieren kann rasseunabhängig schnell in die Tausende gehen. Gefahren für Ihr Tier lauern leider überall und das Risiko und die damit einhergehenden Kosten sind unkalkulierbar. Haustiere erkranken ebenso häufig wie Menschen und oft muss lange therapiert werden. Haben Sie das bei der Anschaffung Ihres Tieres berücksichtigt? Wer sich Kostensicherheit wünscht oder darauf angewiesen ist, der kann auf die Tierkrankenversicherung zurückgreifen. Einen umfangreichen Notfallschutz bietet die preisgünstige OP-Versicherung. Durch Krankheit, Unfall oder Verletzung kann eine kostspielige Diagnostik und Operation nötig werden. Die OP-Versicherung übernimmt bis zu 100 Prozent dieser Kosten, inklusive Aufenthalt in der Tierklinik und der nötigen Nachsorge. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, greift zum Rundumschutz einer Hundekrankenvollversicherung. Nach einer kurzen Wartezeit werden sämtliche Arztkosten übernommen, egal ob ambulant oder stationär. Und die Erstattung? Rechnung einsenden und in der Regel ist nach fünf Tagen das Geld auf Ihrem Konto. Auch eine direkte Abrechnung mit dem Tierarzt oder der Tierklinik ist möglich. Wichtig, wenn ohne Bezahlung Ihr Tier nicht herausgegeben wird. Im Notfall finanziell abgesichert zu sein, ist ein unbezahlbares Gefühl. Namhafte Gesellschaften bieten OP- und Krankenvollversicherungen an. Ein sorgfältiger Versicherungsvergleich ist in jedem Fall ratsam, denn die Konditionen und Leistungen unterscheiden sich sehr. Wir beschäftigen uns seit mehr als 20 Jahren mit Tierversicherungen und bieten Ihnen wichtige Informationen und unsere jahrelange Erfahrung. Unsere Unabhängigkeit ist der Garant für eine kompetente und individuelle Beratung. Denn wir wollen für Sie und Ihr Tier den optimalen Schutz, der zu Ihren Wünschen und Ihrem Geldbeutel passt und vor allem hält, was er verspricht. Warten Sie nicht, bis es zu spät ist. Rufen Sie an und lassen Sie sich beraten. Ob anonym online, per Mail oder am Telefon. Wir beraten Sie gerne.